Das Musée Cantigny ist ein Kunstmuseum in Marseille. Es geht auf eine Stiftung des Bildhauers Jules Cantigny zurück und zeigt überwiegend Kunst des 20. Jahrhunderts. Geschichte Das Museum geht zurück auf eine Stiftung des Bildhauers Jules Cantigny. Er hinterließ der Stadt Marseille 1916 seine Kunstsammlung und sein Wohnhaus in der R. Uigrenian im 6. Arrondissement der Stadt. Zusammen sollten sie den Grundstock für ein neu zu gründendes Kunstmuseum bilden. Das Haus ist ein Hotelpartikulier aus dem 17. Jahrhundert, das 1694 von der Compagnie du Cap Negre erbaut wurde. Von 1709 bis 1801 lebte hier die Familie Montgrand und danach verschiedene Besitzer, bevor es 1888 Cantigny erwarb. Das Gebäude ist nach seinem Tod für museale Zwecke umgebaut worden und öffnete 1936 als Museum für moderne Kunst. Seit dieser Zeit sind die Sammlungen durch Ankäufe und Schenkungen erheblich vergrößert worden. Sammlung Das Museum zeigt vor allem Kunstwerke aus dem 20. Jahrhundert. Bei den zu Beginn des Jahrhunderts entstandenen Werken gibt es wiederholt regionale Bezüge zur Landschaft am Mittelmeer. Beispiele hierfür sind die polentillistische Stadthansicht Atre du Port de Marseille von Paul Siniac aus dem Jahr 1911 oder das Landschaftsbild Piné de Arcasses im Stil der Foufs von André de Ré von 1907. Auch das von Paul Sésan beeinflusste Bild Husine Allestag von Raoul du Fay aus dem Jahr 1908 zeigt eine Landschaft im südlichen Frankreich. Weitere bedeutende Werke im Museum gehören zur Stilrichtung des Surrealismus. Hierunter befinden sich beispielsweise die Gemälde Monument Augs Eusso von Max Ernst von 1927 oder Antti von André Mason aus dem Jahr 1946. Bereits um 1900 entstand das Männerbildnis-Ecadémie d'Homme von Henry Matisse. Von Pablo Picasso besitzt das Museum das eher dunkle Bild Tete de Femmes Oriente von 1943 aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Stammgemälde. Wie das Porträt de Diego O. Tete Noir von Alberto Giacometti, Nature Morte à la Lampe von Balthus, Venus du Trottoir von Jean Dubuffet oder ein Selbstporträt von Francis Bacon.